Kannst du mal kurz die Beschreibung vorlesen? Oh, komm, Ehe. Scheiße. TV? Ach. Jawoll, pass ab. Das gäbe es nicht, Alter. Ich bin abseits. Der steht Enddor, Alter. Das ist unfassbar. Scheiße, das Urweltspiel nicht mehr. Ich bin geahndet. Das ist noch schlimmer. Muss man jetzt so ausrennen? Oder kommt hier mal irgendwann was? Ist doch gar nichts. Ah, wollte ich auch süßlich runter. Ach du Scheiße. Ach, hier auf. Was ist die Schmarrn? Geh auf. Aue, Alter. Komm her. Jetzt kann ich holen. Pass auf. Scheiße, das ist gleich blöd, Alter. Da, Alter. Genau, der verletzt war. Ach, wie soll denn das gehen, ey? Boah, das ist aber auch Asse hier. Da kommt man schon mal nicht drüber. Da kommt man schon mal nicht drüber. Ach, das geht's. Jo, klar. Ja. Ich hab ja Ninja Warrior, oder was? Du Scheiße. Boah, das ist schwer. Und da bin ich auch richtig schwer. Meiner? Boah. 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 Schon wieder ein berühmter Katze, Alter. Der wird schon in den schwarzen Zimmel geben. Shit, schwarzforsker, Alter. Du solltest nicht ganz ernst machen. Du kannst doch auch holen. Der hat doch oft nur 6.000 Euro. Katze, Alter. Hat der berühmter mit dem schwarzen Zimmel gegeben? Kann ich so anfangen? Ich weiß nicht, oder? Ich hab's nicht darüber gemacht, oder? Nee. Ich hab die Mücke mit meinem Schwarzen. Was ist denn das? Was ist das für mich? Mein Großteil hat 24 Juni mit mir geschrafen. Ich hab' den Blindschwürst. Ich hab' nicht gemacht. Ich hab' das Autobekämpfeschen, ich hab' nicht gemacht. Alter. Er hat 6.000 Euro bezahlt. Aber noch so liegen. Aber wie hat er denn das anbauen festgekommen? Wollt du was schlafen? Deutschland gegen Griechenland. Schmeckt mal. Hat halt nur nichts gebracht hier lang zu gehen. Jetzt kommt noch ein bisschen Zeit hier ab. Entschuldigung. Oh ne ne ne. Wollte ich das mal noch? Natürlich. Ach so, jetzt ist ein Aussetgie hinter. Wo will ich schon lang? So, stell dich mal hoch. Ich geh mal links. Man kann nur in der Mitte lang. Ist das nur eine Aktualisierung des Fernseesbedienens? Nur für das Ding. Nur für das Ding. Scheiße. Nur das Handy hier. Scheiße, er hat Schleim drum gemacht. Bis zum Haus! Wofcha! Kann ich da drauf? Ja, normal. Ach so, links ziehen muss ich. Oh, gut. Lass abgehen jetzt. Der Kopf brauchen auch mal abnehmen, alles. Alter. Abseits zu Ende. Ich meine, ich will rauchen. Komm, ist er schon weg. Ist untergebracht. Also ist... Ab der Ton. Die war ganz cool. Wenn du an den Knopf kommst, dann kommt die Kiste zu dir, wo du drüber musst. Muss aber dranbleiben. Warte, warte. Ja. Was ist denn? Ja, du Spreuz schon mal. Jetzt komm schon. Ja. 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 Ich hab's ja noch nicht getroffen. Aber hier war ich gar nicht gewesen. an doch Das war logisch. Kein Checkpoint. Oh, komm. Ich bin da links rüber gekommen. Du hast dich mit dir gehebt, nicht? Ich weiß auch nicht, wie es rechts ist. Da bin ich schon durchgegangen. Linksfusche halb ein bisschen balancieren. Ich bin da drin. Ich bin da drin. Ich bin da drin. Ich bin da drin. Oh. Hallo. Ich bin da drin. 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 Ich bin da drin.